Ha, ha, ha! Ist das super oder was? Spitzig pritzomatisch! Du bist doch... Du bist Shelly! Woher kennst du meinen Namen? Ich heiße übrigens Ray. Ich bin Sammy. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Ray ist eine Lederschildkröte. Lederschildkröten können eine Panzerlänge von bis zu zweieinhalb Metern und ein Gewicht von 700 Kilo und mehr erreichen. Damit sind sie die größten lebenden Schildkröten weltweit. Sie heißen Lederschildkröten, weil ihr Panzer von einer lederartigen Haut umgeben ist. Danke Bruder, du hast meinen Leder in den Hintern gerettet! Ray kann bis zu 1200 Meter tief tauchen und isst täglich 10 bis 100 Kilo Quallen. Der Gummö, der Gummö hat's immer schwören. Wie Kitt! Die Shelly, die ist eine grüne Meeresschildkröte. Genau wie Sammy auch. Erst mit ungefähr 25 Jahren können weibliche Schildkröten wie Shelly selber Nachwuchs bekommen. Und dafür kehren sie in aller Regel an den Strand zurück, wo sie selbst geboren wurden. Warum, weiß man gar nicht so genau. Und wie sie ihn wiederfinden, auch nicht. Ganz schön cool, dass sie ein kleines Geheimnis haben, oder? Das ist unser Ding! Mein Sammy ist ebenfalls eine grüne Meeresschildkröte und er heißt so, weil er eine grüne Fettschicht unter dem Panzer hat. Ja, und er ist eine wahre Sportskanone. Er kann mit nur einem Markenzug bis zu fünf Stunden unter Wasser bleiben. Und anders als Ray isst er lieber Algen, weil dieses gesunde Essen stärkt ihn wohl für die langen Wanderungen, in denen er rund um die Welt mehrere tausend Kilometer zurücklegt. Das musst du mal probieren. Das schmeckt richtig lecker. Hör mir auf mit dem grünen Zeug. Also ich steh mehr auf die echten Leckereien. Das nennst du lecker? Uh, einfach göttlich! Das Beste ist, man kann ordentlich rülpsen und furzen. Sammys Abenteuer. Genießt im Kino.